... mit den Lichtern. Es ist relativ dunkel geworden am frühen Vormittag hier. Und jetzt ist Freide gegen Ampel auf Frühling. Ich habe von der Ende mit einem guten Start. Kann sich da gegen die Stadion 111, gegen Viana durchsetzen. Wir schauen, was jetzt hier unten in der Mercedes Arena passiert. Währenddessen Alexander wird es gleich anfangen. Wenn jetzt aber noch fahren, dann ist es alles vorbei. ... mit dem Auto-Prosse M4 hat sich schon den Gang gleich nicht absennt. Da haben wir alle Kampen an. Die Wälder, die wir jetzt noch mal wieder haben. Der Innen-Prosse M4 hat sich schon den Gang gleich nicht absennt. Der Räder ist dann gesündet. Wir haben alle Kampen an. Die Räder sind auf dem Räder sind auf dem Räder. Die ganze Räder sind auf dem Räder. Ich mache das mal so, die ich zurückgeheu, ich sage mal Go, 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 das ist ein sehr blöbnisband, das ist ein sehr guter vorkommen. Das ist eng, die die E-Mobile in Kontakt, die wir ja machen. Mach das, was weiß ich, das ist ein krassender Weg. Der Weg ist nicht das, die es immer eigentlich, die es nicht ohne los ist. Der Weg nimmt es immer an. ...auf jeden Fall die Mannschaft, wo wir den Schuss militärisch gewidmet haben, aber ich bin ja in der heutigen Zeit... ...und da die Führer-Position eingeladen, also... ...und das hat man auch hier in der Korinther-Politik... ...dann haben wir schon vorgegeben... ...der finalisierte Zusammenarbeit mit den Korinther-Posteilen... ...und er hat mich die Reise schon abgeben... ...und er hat mich die Reise schon abgenommen. ...und er ist hier in der Nähe von der Weiswirtsachstank... ...und er hat uns hier in der, unterhalb der Kiste... ...und wir haben einen�rowabend den Freizeit... ...und er hat uns hier, in der Gemeindwirtschaft abgeben... ...und er hat uns hier wieder in die nächste Weiswirtsachstank... ...und dann auch wir, dass der Mannschaft durch den Traush stand. ...und wir, dass die Mannschaft verändern... Vielen Dank. 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 Vielen Dank.